Neuer Mann und Neuglick Diesmal mit einem wunderbaren, unfairen Team, wie ihr hier sehen könnt Ja, das geht sogar Ja, wenn wir Glück haben, rückt sich das aber noch richtig hin Ja 2, 4, 6 gegen 5 Ja, das geht aber, finde ich, das ist akzeptabel, Andi Nur mit dem Unterschied, dass wir gegen 2 1 3er und 1 2er Clan spielen Ja, gut Stehen 3 Leute Ich werde mir direkt tot finden Hahaha Ich werfe meine Handgranate von der gegnerischen Base und töte dich damit Hahaha Hahaha Ich habe ihn noch Ich habe ihn noch Einen davon habe ich noch gekillt Schon im Haus sind, das gibt es doch nicht Jetzt läuft er da hoch, ist direkt vor dir Nein 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 Was denn, Alter? Wie viel Schuss mussten wir noch in die Fresse kriegen, damit er stirbt? Hab dich noch gerecht Hab dich noch gerecht Hab dich noch gerecht Boah Leider nur zu 2 und Dragon Master Oh nein Die genauen Ruckler wären 50.000 Gegner im Haus sind Also Hier sind noch mehr Weiter links Gehen Rücken vor zum mittleren Sektor Dort ist verloren So, wo kommt der her? Der ist doch da gespawnt Hab ich doch viel eher gesehen Ah Die Säger noch getummerhackt hat 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 Ah, weil ich Andi rächen wollte Hier ist keine Ruhe Oh Oh, Stanner geh doch sterben Oh, meine HEs nichts ausrichten, Mann Was, deine? Hm Jawohl Wieder anders Ab ihn Ab ihn Ab ihn Ja, sauber Nein, nur mit Tod Was gibt's da nicht? Da spawnt der nächste, Alter Ja, weil die alle hinter uns kommen Ja, die spawnen alle hinter uns Ja Wie oft soll ich mich denn noch umdrehen, damit ich überhaupt niemand tülle? Schon wieder oben, die Gegner Boah, Alter, wie ich so Fick doch, Alter, das gibt's nicht Ja, das gibt's auch nicht Fuck, ey Beie sind jetzt nördlich gelaufen Zwei, Dreie Südlich Ja, ich war grad bei nördlich Nein, hab ich Boah, Alter, wie ich schon schießt, bevor ich um die Erde gekommen bin Loil Ich war so blind die ganze Zeit, ich konnte nichts sehen Alter Boah, die wichsen und so weg, unter dir, hinter dir, Lukas So, jetzt bin ich hinter denen gespawnt Ja Rücken vor zum mittleren Sektor Von oben, von unten, von überall Rücken vor zum nördlichen Sektor Ist klar, Alter Andy, komm schnell zu mir Ja, ich bin tot Ja, deswegen ja Jawohl Oh, wecker Ja Ah, das stört den Ich bin tot Nice, ne Kann man fast gar nichts gegen machen Aber nördlich haben oder nicht haben Das ist jetzt hier die Sache Ah, der stirbt nicht Der kommt so dritt ins Haus reingelaufen Der läuft aber weit, ohne zu sterben, ne Die sind jetzt versichtlich Hubschrauber Wieso kriegen die einen Hubschrauber? Keine Arme Boah Lass mich joinen, lass mich joinen Dann kann ich dir heilen Heilen, heilen, heilen Heilen Ich hab 100% Ja, du bist voll Oder wie der einfach vorbeiläuft Eine H.E. Auf 100% geworfen Ich höre mich auf den Link Scheiße, nicht Hubschrauber down, verdamm' ich nochmal Ihr braucht doch nur auf den Scheiß Hubschrauber draus schießen Wie dumm seid ihr alle Oh mein Gott, ey Verfluchte Scheiße Oh mein Gott, ey Scheiße, ey Nördlich hab ich grad versucht Es hat... Man geht keiner auf den Hubschrauber Ich bin ganze Zeit dabei Am versuchen Aber jetzt ist er verloren Ja Wer hab ich auch nicht geschafft Versucht in dem Sinne Mit zwei Mit zwei Er hat er überwebt Links, Andi, irgendwo da ist einer Hab dich gerecht Alles klar, danke Unter uns Ich bin da Hab ihn Oh, noch einer Noch einer Und dann kommt der fünfte und sechste und siebte Wahnsinn, ey Die spawnen alles schneller als du die töten kannst Ja Kriegt immer einen instant respawn Versuch mal wieder einen nördlichen Schlaufe schieb sich Verflucht Hier kommen welche Ja, wohl nördliche haben wir Mal hier in Norden Mal hier in Norden Ja, Leute, schon vier Leute Vier Leute schon wieder Ja, die sammeln sich Die spielen im Team Ja, die spielen im Team Da kannst du machen was du willst Lass mich doch die scheiß verfluchte Kacke hier zu schießen Ich kann nach vorne gehen Sind alle wieder weg und verteilt und sonst Boom So geht das Ich hab noch einen mit der Granate Schon wieder vorbei Scheiß meck hier Man muss hier aber in dem Spiel Übelst ruhig bleiben Genau Sofort zur Zentrale Ja geht immer ruhig Alle zum nördlichen Der nördliche ist total unwichtig Den nördlichen kann man auch einnehmen Wenn man gestorben ist Alles gut Rechts werfe ich ne Mine hin Direkt ne HE werfen kann Während ich auf ihn schieße Und mich dabei noch genau trifft Dem gegnerischen Oh Lukas hat mich echt getroffen Ja ich bin im Gegnersystem Lukas ist ne Kackbohnen Ja gut der hat dich jetzt wieder rüber geswitcht Weil die uns weg ist Na Heckler Aber macht ja nichts Ist ja scheißegal Ich kann euch sterben jetzt hier in den nördlichen Glaube ich nicht Wir halten sie gerade Einigermaßen ins Schacht Ich kann euch nicht hebsgeben Wo die gerade sind Ach der läuft einfach weiter Ich hab nen Hader abbekommen Ich lauf mal weiter Da kommt der dritte Was soll ich noch machen alter Töte ich jetzt schon zwei Unläubige und dann Ja ist er Dieser Map verliere ich nicht Ich bin raus Hab ihn Oh hier gibt mir Heilung Danke Wir verlieren gar nichts Kommt nämlich was Fertiges Für Papi Baaam Fired Rechts unten In Haus Nein Hab ihn Hab ihn Hab ihn gerecht Junge Da hat nichts gebracht Das rächen Bin da Ja Ich muss nachladen Ich hab ihn noch verglückt Boah So viele M320 und HES Ey ich kriege doch hier gerade echt die Dicken Klöten Leute Ja so richtig dick fett werden die gerade Mane Fert mir nur 1 zu 1 Ja Nein 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 Boah das wackeln hier durch sieh ich gar nichts mehr Die ganze scheiß Boah. Ey, wie die sich alle nur irgendwo rein campen, ey. Boah, die liegen schon neben mir. Jetzt hat mir alle den Krieg geklaut. Bisschen Gefahr, wahrscheinlich unter die auch noch. Ne. Jetzt noch weg. Wollte eigentlich hier zum südlichen Renner, aber das hat nicht geklappt. Oh, ich schreibe mich. Direkt hier weg. Boah, hau da hier ein M320 Granaten werfen in die Fresse. Ja, aber das wieder am lecken ist hier. Wir sehen natürlich auch uns. Ja, weil wir keine... Wir sind die ganze Zeit immer ohne Drohnen. Und das ist der größte Scheiß. Ja. Ich wetze jetzt in Klasse auf Drohnen, weil das geht gar nicht. Ohne Drohnen, Andi, können wir beide einfach nicht spielen. Das haben wir die letzten Male schon festgestellt. Ja. Kommst du nicht rein. Wir brauchen unbedingt Switchblade. Oder Drohnen, dass wir sehen, wo die Fotzen sitzen. Ja. Kommt da her, Alda. Kommt da her, Alda. Zentrale, hast du schon mal probiert, an die hinzukommen? Nö. Kommt da her, Alda. Zentrale ist voll mit uns. Äh, äh. Alter, was so dreckige Camper sind das hier, Alda. Das gibt's doch nicht. Ja, die bewegen sich nicht. Die besetzen einfach nur die beiden Spots und das reicht. Oh, einer versucht zentrale von uns zu nehmen. Der ist eh tot. Ja, trotzdem. Ab und jetzt ist Schank. Kommen wir. Jawoll. Dann jetzt Gas da rein. Da. Das ist halt einfach keine Drohne. Oh nein. Wir stehen auch hier vorne. Das war doch schon um der Ecke. Die konnte mich gar nicht mehr ficken. und wir sind auch wieder auf der zentrale sind und nicht vom norden startet zentrale haben wir noch haben wir noch haben wir noch die ganze magazin spezial munition auf die wichse nicht verloren wieder direkt vor mir steht das gibt es mir alle kommt er her Fluch der Scheiße, Alter. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich hab wenigstens die Drohne rausgespricht. Jetzt sind sie im Norden schon. Trotz, dass wir, überlegen wir mal, was wir da unterwegs wegrotzt haben. Ja, echt. Oh, mein Gott, der hat mich gerechnet. Perfekt. Gott, ne Loserrunde, das gibt's doch gar nie. Bis zur nächsten Runde.